Hallo Freunde, heute möchte ich mich mal in einem ganz bestimmten Aspekt an euch wenden, in dem es darum geht zu vertrauen. Ich sehe die Welt wieder in zwei Lager gespalten. Die einen, die da schreien, passt alle auf, die NWO wird installiert und die nehmen, berauben uns unsere Rechte und bla 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 bla. Andere Lager. Q und Trump, wir werden alle gerettet. Von keiner beider Seiten kann ich seit Wochen irgendwelche Beweise für das finden, was sie beide seit Wochen propagieren oder vorhersagen. Und mir ist es ein Anliegen, mal dazu anzuregen, sich zu überlegen, ob man tatsächlich für eine dieser beiden Seiten Partei ergreifen will. Genau da ist nämlich wieder das Ding, wo mich das Ganze schon wieder an Teile und Herrsche erinnert. Es ist eine perfekte Gegenbewegung. Es spaltet die Leute gerade wieder richtig. Es ist so leicht, gerade wieder Freunde zu verlieren, weil man sich auf eine dieser Seiten schlägt. Und wenn man das andere nur hinterfragt, steht man bereits auf der Seite der Gegner. Dann wird man schon beschimpft und als minderbemittelt abgetan und bekommt gesagt, man könne nicht recherchieren und sowas halt alles. Nochmal. Ich habe bis jetzt keine Beweise von irgendetwas gesehen. Es gibt keine, seit meinem Geburtstag, dem 7. April, für den gesagt wurde, jetzt kommen drei Tage kein Internet, drei Tage Dunkelheit und das alles soll sich auf den Karfreitag hin zum Ende abwälzen. Wir haben heute Karfreitag. Auch da ist nichts passiert. Wovon uns das alles ablenken soll, offensichtlich, bin ich mir ganz sicher, ist, uns selbst zu vertrauen, dass wir selber uns an die Macht unserer Hände erinnern und uns darauf konzentrieren, wieder das zu tun, was wir selber für richtig halten. Wir lassen uns einsperren, wir lassen uns einschüchtern, wir lassen uns gegeneinander aufwiegeln. All das, all das gibt es mittlerweile, da gibt es, da haben wir genügend Videos für, die das belegen, dass das tatsächlich gerade passiert. Was wir mit uns machen lassen. Was wir machen, ist vor allen Dingen wieder anderen Vertrauen, auf das die schon wissen, was für uns das Beste ist. Egal, ob das jetzt die Regierungen, die Alten sind, oder halt eben eine neue Form von, im Sinne von Q. Ich sage, wenn wir nicht langsam anfangen, in die Eigenverantwortung zu treten, ist so etwas wie eine neue Welt nicht möglich. Und solange wir weiter irgendetwas von dem, was wir tun, tun, weil uns andere das gesagt haben, bleiben wir in den alten Verhaltensschemata drin. Qs großes Logo ist, trust the plan. Und das alleine hindert mich daran, die Q-Geschichte komplett zu kaufen. Weil genau das schon wieder für mich der Haken ist. Warum steht da nicht trust your fucking self? Trust yourself. Das wäre etwas, was ich von einer Freiheitsbewegung erwarten würde, die den Menschen wieder Freiheit gibt. Das ist nämlich das, was man braucht, um ein freier Mensch zu sein. Sich selbst vertrauen zu können und auch seinem Umfeld. Wir werden wieder sehr, sehr, sehr gespalten und das sehr erfolgreich gerade. Und ich finde es traurig, wie viele von euch da mitmachen. Wie viele von euch offensichtlich wieder irgendein Lager, für irgendein Lager Partei ergreifen. Und an ihren Taten kannst du dich erkennen. Ich sehe es an der Wirkung eurer Worte, das, was ihr schreibt. Und das, was es teilweise für Schmerzen bei anderen Leuten hinterlässt. Bloß, weil jemand gerade nicht unbedingt eurer Meinung ist. Und ihr teilweise nicht checkt, dass der dann nicht automatisch im Gegenlager ist. Sondern es gibt noch ganz viele Leute drumherum, die nämlich wie ich das Ganze auch eher neutral betrachten und sehen, dass da Teile und Herrsche gespielt wird. Offensichtlich, wenn es wieder verschiedene gegensätzliche Lager gibt. Und schiebt es nicht auf irgendwen da oben. Ihr seid die, die da mitspielen. Und da sage ich, trust yourself. Ihr habt die Möglichkeit, da rauszukommen. Ihr habt die Möglichkeit, damit aufzuhören, indem ihr einfach selber sagt, also eigentlich haben wir für gar nichts Beweise. Eigentlich glaube ich hier nur gerade das, was ich selber am glaubwürdigsten finde. Und alles davon ist Blödsinn. Die einen halten es für eine Verschwörung, dass es Corona gibt. Die anderen halten für eine Verschwörung, dass es das nicht gibt. Was bringt es uns, darüber zu streiten? Es bringt uns was, uns selber auf uns zurückzubesinnen, zu gucken, wie wir mit unserer Immunität wieder arbeiten können, dass wir uns immun gegen sowas machen. Und dann ist scheißegal, ob Corona eine Verschwörung ist oder nicht. Wenn wir immun dagegen geworden sind, weil wir uns mit der Immunität beschäftigt haben, dann kann uns das egal sein. Dann brauchen wir uns nicht an diesen Streitereien zu beteiligen. Mein Wort und meine Liebe geht raus an all die, die sich gerade daran nicht beteiligen. Die sich daran beteiligen, Gedanken in die Welt zu setzen, die uns wieder auf die Macht unserer eigenen Hände und unsere eigene Entscheidungsfähigkeit, unsere Souveränität zurückerinnern. Das ist für mich neu. An Trust the Plan ist für mich nichts Neues. Da soll ich wieder irgendwelchen Obrigkeiten glauben, dass sie irgendeinen Scheiß für mich regeln. Und nochmal, in einer Welt, in der für andere der Scheiß geregelt wird, wollen wir nicht leben. Das ist das, woraus wir raus wollen. Denkt einfach mal drüber nach und macht bitte das, was ihr für richtig haltet. Aber hört auf, andere Leute anzukacken, weil sie gerade eine andere Meinung vertreten. Das ist einfach das allerletzte, was die Welt gerade brauchen kann. Da freuen sich wieder einfach nur irgendwelche Leute drüber, mit denen ihr zusammen nicht auf dem Sofa sitzen wollen würdet. Tschüss mit elf. Denkt drüber nach.